Servus YouTube, Void hier. In diesem Video erkläre und zeige ich dir, wie du einen zweiten und weitere Monitore mit deinem PC oder einem Laptop verbindest. Im ersten Abschnitt solltest du prüfen, welche Grafikausgänge dir an deinem PC oder Laptop zur Verfügung stehen. Achte beim PC vor allem darauf, dass du die Ausgänge der Grafikkarte betrachtest und nicht versehentlich die des Mainboards. Warum, erkläre ich später im Video. Zusätzlich solltest du prüfen, welche Grafikeingänge dir an deinem zweiten Monitor bereitgestellt werden. Es gibt vier gängige Monitoranschlüsse. Diese lassen sich sehr klar durch die Steckerform und teilweise auch durch die Farbgebung unterscheiden. Der älteste Typ ist VGA. Der Steckplatz ist eher klein und trapezförmig. In der Regel ist er zudem in blauer Farbe, sodass er sich deutlich von anderen Anschlüssen abhebt. Der nächst häufigere Typ ist DVI. Diese Stecker sind meist weiß, deutlich breiter als VGA und können auch als halbwegs trapezförmig bezeichnet werden. Danach folgen in der Regel die heute gängigsten Steckertypen HDMI und DisplayPort. Im günstigsten Fall ist der Ausgang deiner Grafikkarte und Eingang deines Monitors identisch. Falls das nicht der Fall ist, brauchst du ein Adapterkabel. Diese findest du für praktisch jede Kombination bei Amazon und anderen Online-Händlern. Sobald du die passenden Kabel hast, verbindest du diese mit dem Ausgang deiner Grafikkarte am PC oder Laptop. Anschließend steckst du diese in den dazugehörigen Anschluss deines Monitors. Eine Sache ist hier sehr wichtig, vor allem bei PCs. Die meisten Mainboards deaktivieren eine Onboard-Grafik, sobald eine separate Grafikkarte eingesteckt wird. Pass also auf, dass du nicht versehentlich ein Kabel in den Grafikausgang des Mainboards steckst. Dieser ist in der Regel nicht funktional. Nur wenn du keine separate Grafikkarte hast, kannst du diesen Hinweis, nicht gerade gegeben habe, ignorieren. Kommen wir nun zum nächsten Schritt. Wenn du mich und den Kanal unterstützen willst, würde ich mich über ein Abo, Like oder Kommentar freuen. Wenn du natürlich auch Fragen hast, kannst du mir sie jederzeit in den Kommentaren stellen. Richten wir nun die Monitore ein. Im Normalfall hat das Betriebssystem diese bereits automatisch erkannt. Klicke mit der rechten Maustaste auf eine freie Fläche auf deinem Desktop. Anschließend wählst du den Punkt Anzeigeeinstellungen und klickst darauf. Im oberen Bereich siehst du nun die erkannten Monitore. In meinem Fall sind das zwei Stück, die hier mit den Nummern 1 und 2 wiedergegeben werden. Sollte ein Monitor nicht unmittelbar erkannt worden sein, kannst du die manuelle Erkennung über den Button Erkennen anstoßen. Klicke dazu einfach einmal auf diesen Button. In meinem Fall nützt das nichts, weil ich nur zwei Monitore verbunden habe. Dementsprechend erhalte ich auch die dazugehörige Fehlermeldung. Als erstes solltet ihr jetzt herausfinden, welcher der beiden Monitore welche Nummer bekommen hat. Klickt dazu einfach auf den Punkt Identifizieren. Dazu leuchtet auf euren Monitoren für einen kurzen Augenblick die dazugehörige Zahl in der unteren linken Ecke oder auch zentral mittig auf dem Bildschirm auf. Wir wissen nun, welcher Monitor welche Kennung erhalten hat. Jetzt kann es natürlich sein, dass in den Anzeigeeinstellungen in der Folge 1 und 2 angezeigt wird, also von links nach rechts. Die Monitore von dir stehen aber entgegengesetzt, also erst der Monitor 2 und dann 1. Das kann ein Problem sein, wie wir später noch sehen werden. Du musst jetzt aber nicht hergehen und die Monitore auf deinem Tisch von der Position her tauschen. Klicke einfach in den Anzeigeeinstellungen auf das jeweilige Bildschirmsymbol, halte die Maustaste fest und bewege den jeweiligen Monitor an die richtige Stelle. Anschließend bestätigst du deine Auswahl durch einen Klick auf Anwenden. Wenn also der Monitor 2 bei dir links steht, dann bewegst du die 2 ebenfalls nach links. Wenn ihr die Anordnung eurer Monitore vollzogen habt, müsst ihr noch festlegen, welcher Bildschirm die Hauptanzeige darstellt. Typischerweise ist dies bei einer 2er-Monitor-Kombination der linke Monitor. Bei einer 3er-Monitor-Kombination ist es häufig der mittlere Monitor. Klickt den jeweils gewünschten Monitor an, sodass er farblich hervorgehoben wird. Scrollt anschließend nach unten und setzt den Haken bei, diese Anzeige als Hauptanzeige verwenden. Klassischerweise will man mit einem zweiten oder dritten Monitor seine Anzeige erweitern und nicht duplizieren. Achtet abschließend also noch darauf, dass bei mehreren Bildschirmen die Auswahloption, diese Anzeige erweitern, gewählt ist. Sonst dupliziert ein Monitor nur das Bild des anderen. Das ist eine Einstellung, die eher für Präsentationen oder einen verbundenen Fernseher benötigt wird.